So Stefan, jetzt ist der Mann, was für euch schon alles geschärbt hat. Jetzt hast du mit Bier auf die Gitarre die Goldene geschüttet? Die Gala-Gitarre. Danke Marco nochmal. Und ja, die Gitarrenverstärker sind auch kaputt gegangen. Wir haben die Stromkabel genommen, um damit Seilchen zu springen. Julian, wieso siehst du das zweimal auf der Couch? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, Julian, ich frage den Falschen. Also mal ganz im Ernst, Stefan. Ja, was ist denn los? Warum sitzt du denn jetzt hier? Achso, du hast gerade Pause gemacht. Hast du einen Döner gegessen oder einen Döner? Döner. Mit oder ohne? Bitte. War der scharf? Nee, ich glaube Kalb. Sexy? Nee. Alles klar. Aber groß. Scheide, dass dein Gesicht nicht filmst. Ist doch gut. Also, Stefan hatte einen Döner. Und ja, jetzt gleich geht's weiter, ne? Ja. Bist du schon nervös? Okay, ja. Ja. Ich glaube, dieses Video wird einschlagen wie eine Bombe. Die Betonung liegt auf... Euer größter Hit. Worauf liegt denn die Betonung? Scheiße. Richtig. Sag mal tschüss Julian. Tschüss. 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 Ich fände einen Ton, glaube ich, nicht ganz cool, aber ich weiß ja nicht, also du musst J.D. auch wissen. Ja, also das Problem ist halt, dass dann irgendwann die, also wenn du noch mehr hörst, dann müsstest du halt, bei der könnte geht es ja, aber ansonsten musst du halt anfangen, dann auch die Chordchanges mitzunehmen. Wie wäre es denn, wenn wir Olaf-Ton nehmen würden? Aber ich würde zwischendurch irgendwie alle, oder so, dass du einmal alle, was weiß ich, alle vier Takte einmal einen Doppelschlag machst. Irgendwie so, weil da eine kleine Variation drin ist, nicht viel, aber so ein bisschen. Ne? Ich hätte schon ganz rot. Eigentlich müsste es am Ende noch Doubletime sein, aber Doubletime ist echt schnell, also für so einen Pattern. Komm Stefan. Weil wenn du die ganze Zeit über diese, weiß nicht, 200 Takte dann... Ne, wir würden es ja nicht über die ganze Zeit... Ich würde es nicht über die ganze Zeit machen. Nur ganz am Ende würde ich es machen. Ja, genau. Oder du füllst es dann nachher mit Dead Notes. Ich würde es dann vielleicht auch nicht in die Hälfte setzen, sondern irgendwo kurz vor der Hälfte anfangen lassen. Also nicht immer alles so 8, 8, 8, 8... Richtig. Ja, spiel nochmal mit. Musik Musik Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.